hallo allerseits ich habe gestern versprochen das beispiel dass wir nicht mehr geschafft haben weil die zeit ausgegangen ist nachzuliefern und zwar ging es darum eine winkeljagd zu ende zu bringen das war das beispiel 17 von rach geometrie übungs zettel bei dem war gegeben ein sehnenviereck abcd dessen diagonalen einander in diesem punkt x schneiden und so dass die schnittpunkte der seiten ab und cd mit e bzw der schnittpunkt der seite bc mit der seite ad mit f bezeichnet worden ist und so dass zusätzlich ein weiterer punkt p im viereck existiert im inneren des vierecks p so dass folgende vier winkel gleich sind b a p c b p d c p und a d p das sieht hier nicht so aus und es ist auch gar nicht einfach eine skizze hinzukriegen wo man wo man diesen punkt p exakt einzeichnen kann denn nur für manche sehnenvierecke a b c d kann es einen solchen punkt überhaupt geben das sind die sogenannten harmonischen vier sehnenvierecke deren viereckpunkte das doppelverhältnis minus 1 aber das werden wir bei der lösung der aufgabe nicht benötigen die lösung der aufgabe ist eine ganz eine klassische winkeljagd zunächst wurde gestern schon von einem von euch beobachtet dass die sehnenvierecke dass die vierecke a c p und b f d p sehnenvierecke sind also einen umkreis besitzen und der grund ist ganz einfach darin zu finden dass der winkel e a p das ist der gleiche winkel b a p den ich grün markiert habe gleich dem winkel d d p ist und das ist 180 grad minus der winkel p c e und damit ergänzen sich gegenüberliegende winkel in diesem viereck a e c p auf 180 grad und es muss sich damit um ein sehnenviereck halten und ganz analog bekommen wir dass a d p gleich 180 grad minus p d f ist und aber auch gleich f b p ist und damit haben wir begründet dass es sich bei diesen beiden vierecken um sehnenvierecke handelt und jetzt können wir das angehen was zu zeigen gilt in diesem beispiel zu zeigen gilt zu zeigen ist dass der winkel e p f dieser winkel hier gleich dem winkel zwischen den diagonalen des vierexes dem winkel d x a also dass diese beiden winkel hier die ich hier angezeichnet habe dieser stumpfen winkel gleich sind und nun der winkel der uns weit ungeheurer ist oder zumindest mir ist dieser winkel zwischen e p und f denn über den punkt p weiß ich erstmal so gut wie gar nichts und wir werden jetzt zerlegen so lange bis es uns gelingen kann ihn auszudrücken und eine möglichkeit wäre dass wir den großen winkel b p d hernehmen und so lange winkel davon abschneiden zum beispiel b p p e und f p d bis wir diesen winkel rausbekommen haben und die stücke die wir abgeschnitten haben von dem winkel sollten wir dann in punkten ausdrücken die hier nicht von p abhängen die also einfach nur punkte dieser ursprünglichen konfiguration a b c d e f sind und dann machen wir das selbe mit dem winkel in x und haben hoffentlich gewonnen und ich drücke mal diesen großen winkel aus das wird unsere erste erkenntnis sein der große winkel b p d das ist 180 grad minus den winkel nun die fb den gegenüberliegenden winkel in diesem sehnenviererck und d fb das ist kein winkel mehr der uns beunruhigen sollte denn der verwendet nur punkte also der ist aufgespannt zwischen zwischen zwei geraden die definiert sind durch punkte die nur ganz unexotische schnittpunkte von seiten des sehnenvierig sind als nächstes kann ich den winkel hier oben den ich abschneiden muss f p d ausdrücken f p d f p d ist gleich f b d und auch dieser winkel macht uns weniger sorgen aber ganz zuletzt gibt es einen winkel der nicht so einfach zu ermitteln scheint das ist dieser winkel b p e und warum ist der schwer zu ermitteln nun weil er kein periferie winkel in einem dieser beiden sehnenviererke a e c p oder b f d p ist und damit müssen wir in uns zusammen basteln aus winkeln die wir verstehen können welche wären denn das zum beispiel nun den winkel b p c den können wir vielleicht ermitteln und das ist aber eine kleine zwischen überlegung die man hier einziehen muss der winkel b p c der winkel b p c das ist gleich 180 grad minus dem winkel c b p und dem winkel p c b wegen der winkelsumme in diesem dreieck b c p und diesen winkel den kann ich noch mal wo finden 180 grad minus den winkel c b p das ist auch 180 grad minus dem winkel d p p nach der angabe sind diese beiden winkel ja gleich d c p ist gleich c b p d c p die ergeben zusammen diesen winkel d c b und 180 grad minus diesen winkel ist dann der winkel b c e und damit haben wir den winkel b p c festgemacht als den winkel b c e das geht auch indem man erkennt dass der umkreis des dreiecks p c b tangential ist an die gerade e c und dann den tangentenwinkelsatz verwendet das ist ein kommentar der gestern aufgetaucht ist und dem ich leider nicht mehr zu ende gedacht habe dann wäre das beispiel wohl schon gestern gelöst worden aber so ist auch nicht schlecht komme ich dazu ein kleines video zu drehen stattdessen wir wissen also der winkel b p c ist gleich der winkel b d e also der winkel hier ist gleich dem winkel hier und der winkel b c e das ist auch einer von diesen winkeln die wir nett finden weil sie nur punkte aus dem original sehnenfähig verwenden und weiterhin kann ich den winkel b c e natürlich auch mit dem peripherie winkelsatz in den winkel b a d übertragen daher ja genau der außenwinkel im gegenüberliegenden eckpunkt des sehnenfähigs a b c d ist und damit habe ich den winkel b pc wirklich gut festgemacht als b a d und um jetzt den gesuchten winkel b p e zu gewinnen muss ich noch den winkel e pc abziehen und das werde ich jetzt wohl machen sagen wir das war drei das hier nummer vier der winkel b p e ist gleich der winkel b pc minus e pc und der winkel e pc das ist gleich nun wir schauen uns wieder das sehnenvierig a e c p an dieses hier und erhalten dass der winkel in p der winkel e pc gleich dem winkel e a c ist und das ist gleich b a c und jetzt haben wir aber alles was wir brauchen jetzt weiß ich nämlich auch noch den winkel b p e den kann ich auch noch ausdrücken und das ist nun b pc ein winkel den wir kennen minus e pc ein winkel den wir ebenso kennen b pc das hatten wir ausgedrückt ist b a d b a d minus e pc ebenso ein winkel den wir gerade ausgedrückt haben ist b a c b a d minus b a c das ist ja interessant das ist genau der winkel c ad das heißt ich habe den winkel b p e festgelegt ich kenne ihn jetzt und ich weiß dass er gleich dem winkel c ad ist und weiterhin kenne ich den winkel f p d das ist gleich dem winkel f b d und ich kenne den großen winkel b p d diesen überstreckten winkel hier und jetzt muss ich nur von diesem überstreckten winkel stumpfen winkel er ist gerade noch nicht überstreckt überstreckt habe ich mich versprochen von diesem winkel muss ich die beiden bekannten stücke hier die da zu viel sind abziehen und dann habe ich den winkel e p f explizit ausgedrückt nach langer rechnung und das werden wir jetzt noch tun also der gesuchte winkel e p f das ist gleich der winkel b p d b b b b minus dem winkel b p p d minus dem winkel b d minus dem winkel momment p d und das kann nicht weiter umformen b pd habe ich ganz am anfang ausgerechnet das ist 180 grad minus dv b Also der supplementäre Gegenwinkel zu diesem Winkel DFB hier, minus BPE, das habe ich vorhin ausgedrückt. Das ist der Winkel CAD gewesen, minus FPD, das ist der Winkel FBD gewesen, der Minuswinkel FBD. Und das ist jetzt ganz interessant, hier habe ich 180 Grad, minus DFB, minus FPD. Im Dreieck DFB habe ich also genau einen Ausdruck stehen, der 180 Grad minus diesem Innenwinkel minus diesem Innenwinkel ist. Und das ist natürlich dann der dritte Innenwinkel und das ist gleich 180 Grad, also es ist genau gleich diesem Winkel hier, BDF und das ist 180 Grad minus ADB. Und als solches werde ich es jetzt da auch hinschreiben. 180 Grad minus den Winkel ADB. ADB und ADB kann ich auch als ADX schreiben. Ganz einfach, weil D, B und X auf einer Geraden liegen. Und dann ziehe ich noch CAD ab. Ja, aber CAD kann ich als XAD schreiben, in ganz derselben Manier. XAD. Und jetzt habe ich wieder was wunderschönes dastehen, nämlich 180 Grad minus diesen Innenwinkel im Dreieck AXD minus den anderen Innenwinkel, den hier in A und damit bekomme ich, wie gewünscht, den Winkel DXA, den dritten Innenwinkel. Und damit habe ich das gezeigt, was zu zeigen war in diesem Beispiel, nämlich, dass der Winkel DXA gleich dem Winkel EPF ist. Dabei habe ich jetzt relativ liberalen Gebrauch von den Lagebeziehungen gemacht. Wenn man also möchte, dass diese Dinger hier Modulo 360 Grad, also tatsächlich für gerichtete Winkel ohne Einschränkungen gelten, muss man annehmen, dass der Punkt B im Inneren des Sehnenviehrecks ABCD liegt und sich Gedanken machen darüber, ob sich etwas verändert, wenn sich die Lagebeziehungen hier verändern. Auf jeden Fall wissen wir aber, dass diese Aussage hier für Winkel zwischen Geraden, also gerichtete Winkelmodule 180 Grad gilt, das heißt, dass die Gerade EP und die Gerade FP denselben Winkel einschließen miteinander wie die beiden Diagonalen des Sehnenviehrecks.